Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OnTragal West Elf. Ja, wir bringen mal kurz ein paar Aufträge weg, weil... ja. Ja, hier, bitteschön, ja... So, ja, bitte nein. Hör einfach auf, okay? Da einfach probieren wir das Ding gegeben, gib uns irgendwas dafür und lass mich doch einfach in Ruhe. Mach was aus Metallmatsch, das hört sich wunderschön an. Kalschland, die Händler. Ja! Was? Edwin und Serenica, die waren da was einfach traur. Trotz, dann soll ich jetzt Serena irgendwie heiraten. Kann man hier eigentlich irgendwas... Ja, wäre schon krass, aber den bekommt jetzt einfach mal nicht, wo es sie bekommt, den Faust, den Serena. Ja. Ziemlich sehr schlecht ausgerüstet. Schilder hier, die ich stelle das alles hier noch. Okay, dann schauen wir jetzt mal ins Missionsverzeichnis, was machen wir als nächstes. Sei ein Mann. Okay, dann fahren wir jetzt einfach mal auf die Insel Lamentia im Westen und schauen, dass wir Mut in der Brust hinkriegen. Ich schau mal, wer alles so viel gekräftigt sein muss. Mut in der Brust. Nur ich und Jade. Zwei Leute, die grad definitiv nicht gekräftigt sind. Ich weiß nicht, was haben wir denn noch für Missionen, wo ich machen muss. Ein Fall des Ritters. Horrorhorsts Schnitterritter. Von Magie, Teleportation. Horrorhorst ist bei... Costa Valor... Ja. Müsste das nächste Ding sein. So. Gehen wir mal in den Horrorhorst und suchen mal einen Schlitterritter. Und den... Da muss ich ja nur noch gekräftigt sein. Und dann hätten wir es. Brauchen wir mal wieder ein bisschen Kampf-Action. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden nicht gekämpft. Jetzt müssen wir mal wieder hier kämpfen. Horrorhorst. Wie geht es denn da ein bisschen hin? Okay, da. Abbiegen. Schön. Bisschen noch diesen Horrorhorst, dass wir da einfach verwunderlicherweise einfach eine Kugel gekriegt haben und wir nicht damit gerechnet haben. Einen wunderschönen... Wie geht's für stets? Ähm... Ja, mir geht's eigentlich nicht gut. Ich habe mich von denen schon geholt, dass wir gerade ewig lang das nicht gefunden haben, was ich wollte. Also, jetzt bin ich wieder voll da und... Hier schon. Ansonsten, ich finde keinen, der mit mir heute feiern geht und deswegen glaube ich auch nicht die beste Idee, heute feiern zu gehen. Deswegen lass das, glaube ich, sein. Ich bin ein bisschen pissig deswegen. Aber ja. Einmal nach oben, bitte. Obwohl mich das heute echt interessiert hätte. Jetzt suchen wir ein paar schnittige Ritter. Ist das eine Krabbe? Ist das kein Ritter? Oh, aber wir können versuchen, die hier ein bisschen zu töten, weil es davon einen kleinen... Ich bin einen kleinen Rot-Skipp und es sind teuer. Bau in der Eyebox. So, ich bin nicht gekräftigt, ich hätte das gedacht. So, ich springe jetzt einfach mal hoch. Okay, das sind die. Ich steige jetzt auch mal ab und kämpfe einfach nur ganz viel. Foul Eyebox, ich muss nur gekräftigt sein. Und irgendwie sind die Gegner hier sehr schwach. Ich versuche es mal mit einem komischen Schlitterritter. Jetzt sind die ein bisschen stärker. So, eigentlich... Uh, ist hier die rosa Nadel gemacht? Ja, die scheinen stärker zu sein. Aber irgendwie, glaube ich, wir müssen ziemlich lange weiten, damit ich hier jetzt mal gestärkt bin. Ich weiß auch nicht, wie man es steigern könnte. Wie geht denn schon fein, wenn man noch zocken kann? Ich. Vollnpacker feiern. Schmittiger Shark. Kann ich mich bitte kraftigen? Das wäre so toll. Das kraften die sich gegenseitig an. Ja. Ja. Ich könnte den einfach MP verbieten. Du sollst das machen. Und das ist... Oh, mein Bildchen wird sich ausschalten. Die schlechte Idee, die... Die schlechte Idee... Und du kommst bitte auch nicht auf die Idee. ich schaue ob er vielleicht ein bisschen stärker ist nein definitiv nein glaube ich für diese stelle sind vielleicht und ich muss diese schüttere trotzdem kann ich mir nicht irgendwelche charakterbaukasten geben dass ich schnell kräftig bin ja gut es kann doch lustig werden weil ich meine ich die in einstark bezwinge was soll denn dann die herausforderung sein netter ritter nötiger stark überlegt hat ich den einfach mp zu verbieten serena ist nicht kräftig denn ich brauche jetzt gerade am wenigsten wenn man nachschauen richtig für irgendwas braucht es nicht nur muss weil ich diese drei kräftigen kriegen ich glaube ich brauche steht für das eine was braucht denn das ist ein mann dieses mut in der brust das muss ich und dann ritter stark da brauche ich mich fiondo und hendrick und lamentier singen das schnitt also nicht bestimmt wieder ich habe mich da gar nicht so ich kann sengender schnitt kann aber ich kann es denken schnitt vielleicht hat dem niemand anderes schlecht aus vielleicht hendrick weil hendrick hat auch nur ein schnitt dinge straf das sieht halt auch schlecht aus hä ja hat mal den muss er es steht doch manchmal dabei wie er irgendwas kann sei ein mann mann zumindest heiße ihr singender schnitt keine ahnung ich mag keine leute die besoffen sind sie meistens immer so anstrengend muss man aber wieder los wollte nur mal kurz sagen viel spaß noch mal schön sagen danke dir auch ja schon beim betrunken sind nicht angestrengt jetzt auch nicht übertreiben heute wenn es geht so schau mal erstmal ich will aber kann eigentlich serena vorsicht aber mal weg packen falls ich sie doch auch bodo da mal vor allem serena schon wieder gekräftigt aber ich nicht ich will das eventuell gar nicht ich möchte einfach nur gekräftigt sein das ist gerade echt uncool und ich weiß nicht mit wem ich diesen senken schnitt da machen muss ich kann ja schauen ob wir noch früher steigen können und vielleicht gibt es nach oben noch andere von diesen schnittersoldaten und vielleicht bin ich bis dahin endlich mal gekräftigt nehmen halt jetzt jeden gegner mit platen gern ist auch schön so ihr seid zu perplex um irgendwas zu machen das ging nicht ganz gut so der nächste wieder zwei stück hat mal wieder nicht gekräftigt was haben wir jetzt alles gekriegt das erste sah echt komisch aus was auch immer das war es habe ich glaube ich noch nicht gekriegt ich glaube ich noch nicht gekriegt klitsch kraut zu sprechen hier gibt es ein paar frische ich vermute es gibt keine weiteren ritter ich darf den weg jetzt 20 min her rennen aber nur um so einen scheiß ritter zu erwischen und halt irgendwann mal gekräftigt zu sein das wäre das wichtigste das ist ja werkt so verbrauchen gleich einfach alle ihre MP das wird auch schön Oh, schön, Fahilschleime. Freut einen. Quattrohieb. Ich bin da unten. Ich mache mir gar keine Gedanken. Yay, Jade ist aufgestiegen und hat damit wieder alle MP. Ich habe dich geschossen. Dunkle Unken. So, ja, ich glaube, ich gehe echt wieder zurück zu den Rittern, weil ich die nicht innerhalb von einer Runde bis ich habe. Das gibt es doch nicht. Das Traurigste, was ich je erlebt habe. Ich bin zu stark, um kräftig zu sein. Ich brauche gar nicht gegen die Kämpfen, weil das nichts nützt, halt einfach. So. Hallöchen. So, Angriff. Erik ist gestärkt. Really? Das erinnert mich daran, dass Serena damals nicht gestärkt war. Ich bin gestärkt. Ihr macht nichts, ihr macht nichts. Taktiken. Alle Befehle folgen. So. Aufstellung. Hendrik. Ronaldo. Irgendwie nehmen wir noch Jade mit. So. Koop-Kräfte. Dritter Schlag. Okay. Die beiden, das sind beide, ihr glaubt, auf mein Schwert aus. Okay, cool. Jetzt bin ich halt krass. Greif uns ruhig an. Das tut mich gerade nicht. Ich bin dran. Okay. Okay, dann schnitterter. Jetzt ist sie gekräftigt oder was? Okay. Aufstellen. Du kommst mir jetzt auch raus. Bodo, hallo. Vor allem jetzt, so muss ich dann schon wieder schauen, dass ich gekräftigt bin. Okay. So. Du verteidigst. Du verteidigst. Angriff auf Schnittere da. Dann abgewehrt. Beteiligen. Beteiligen. Habe ich gekontert? Also, der erste sollte ja eigentlich schon gezählt haben. Aber I don't know, ob der halt wirklich gezählt hat. Okay, ich konnte die Dinge einfach machen. Okay, bitte hat das jetzt gezählt. Bitte hat's gezählt. Ja. Gut, das hätten wir. Bin ich immer noch gekräftigt? Warte mal, Aufstellung. Ich bin immer noch gekräftigt. Gut, Erik brauche ich gerade nicht unbedingt. Gut, dann müssen wir jetzt schauen, wo muss ich mit Shade hin? Ich muss ja irgendwas mit Shade erledigen. Der rennt gleich weg. Das ist schön. Ah, ich hasse jetzt die Mission. Sei ein Mann. Mut in der Brust. Okay. Okay, Hemmungslöser Hieb. Auf einer einzelnen Insel weiter. Einen Brot. Brot-Troll. Okay. Dann, ähm... Ich, Teleportation nach Lamentier-Meer. Dann fahren wir zu unserem Brot-Troll. Okay, dann machen wir mal diese Stelle einen kurzen Cut und dann sehen wir das nächste Mal wieder, wenn's weitergeht. Bye, Tranguist. Bis dahin. Bye. Bye. Vielen Dank.